Oh! AAAAAA! Hahahaha, davon ist schon... Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft und diesmal wieder nicht alleine, leider. Hier riecht es sehr angenehm. Ja. Ähm, es ist inzwischen dunkel, da wir ein wenig rumgedrüllt haben. Entschuldigung. um und das ist nicht mehr aufgelassen haben und jetzt wollen wir gehen in den Lagerstunden sterben die eigentlich nicht damit da oben ein bisschen erkunden um ja da geht es aber mal hin das ist ein paar und ich hoffe es ist gut Prozent komm ich sei es rüber um das ist mir zu heike aber ich weiß hey du lächst sofort die heike aus dem spiel aus minecraft gibt es jetzt auch ja mich jetzt in die Lava ballert dann lache ich so warte wir unterbinden die sind Lava stürzen wir mal hier ist Corona so wenn der ist ein Kriper drin ist dann kriege ich einen Anfall da es war gerade Landung so werden wir fackeln das heißt wir kommen ja richtig weit da hat das ist die geilste Hühle ist als meine Welt übertreiben gerade mal wir nehmen aber mal die Kohle mit weil ich hab dran die es dauert Folgen bis in die Fülle holen sie sind die Hohle Hühle entdeckt haben Nein nein ich muss wegrennen ich muss wegrennen rennen wieder Wind auf einmal Band rennt das war oder auch nicht rum und es heißt dass ich mich darunter gejagt ist jetzt müssen wir hoch das war ich ja du bist aber wo sind wir helfen wir sind da irgendwie bilden wir haben wir doch doch gar nicht ja nee aber da war eine höhle und ich bin da wieder so ein frühe frühe die menschen runter geht die sind verrückter Mann äh wo geht's denn da auch haben wir jetzt schaffst du nicht mehr und ich werde mich schaffen dann ist der Abend noch nicht vorbei ja keine Ahnung okay ah wow 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 wie so ein Hund ja auf jeden Fall ja ich schlage auch mal mit einem Faden die Erde weg mit dem Spinnfaden faden ich sitze auch einfach mal in der Erde im grün ja hallo lieber Zombie ha oh mach nicht ich bin jetzt überplayt ein bisschen hier wirklich da hinten da ist der Säubermann hier mit dem roten Auge sieht er aus wie der Terminator nein okay so ich hoffe mal es greift mich hier nichts von Ungarn da das sonst der Assi wäre also bist du in die Höhle ein bisschen so klein ey du kriegst aufs Maul nein nein Auge ach wiegt euch doch mal da hat er schon wieder zugeschlagen die Wurde von Zoffe von Zoffe von Zoffe Wurde von Zoffe Wurde von Zoffe Wurde von Zoffe und Gebrauch aber da muss er was trinken ey darauf ein Schluck ha ha Wasser ach man Mann das kann doch nicht wahr sein wieso sterb ich so oft ich will weil du schläflich Jo ja ich glaube uns bei mir umfüllen glaube ich die Option wenn man die wieder leben Optionen super als wir wieder hier am Scheiß ja jetzt können wir das Pengehen so Mann ey das kann dann nicht sein boah okay ähm jetzt weiß ich aber was soll mir ich bin zu blöd um irgendwas zu machen ja die Fresse wenn ich mal mehr Kohle ohne ohne Kohle Niklas ohne Kohle Mann alles war mit sich das ist ja ein bisschen so es ist nicht so lang was wenn wir hier wieder Koppelkohle erstellen und ich rede so lange irgendeine Scheiße und zerstöre diese auf ne ja bleibt mir nicht viel zum zerstören dich schon von am Arsch wegen dir haha Koppelkohle Mark koppelige Kohle prrrr haha und so weiter das Niveau geht in die Tiefe gibt Sack of Renek nix zu trinken wer hat geuchtet Scheiß das fallen kein Weißer dieser spannende Prozess ja wow plopp Mann ich mache Alter ach man das Niveau wird hier wieder nach unten gedrückt ey das kann sie gar nicht mehr halten es gibt mal etwas Niveau es gibt mal etwas Niveau 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 auf welches jetzt hier das Weizen geben nirg mich ach man es ist doch so dumm wie wie die es fällt mir kein Vergleich ein was es ist das was ich vergleichen möchte so dumm wie dein Gerede gerade ja definitiv nirgends nirgends balkenzeiten aber auch nur scheiße das weiß ich m wir sind doch Holzkloppen gegangen machen wir da einmal weiter vielleicht hier doch Peter Kloppel dazu da ich dann sagen würde, wir bauen einmal so ein Haus weiter ich gebe es jetzt mal auf für die nächsten 5 Folgen äh, kann ich gar nicht so viel gucken jetzt gehen wir mal, wie geht denn du Scheißdingel Entschuldigung ja schämst du dich nicht nein ok ich auch nicht na dann ist er gut ne ich finde es nicht gut, ich finde es einfach nur Scheiße ich finde dich Scheiße oh das Niveau aber ich brauche mir nur ein Schwerd, weil sonst muss ich nicht wieder anpacken die MS-Niveau ist gesunken ha 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 huuup da muss man zu jedem ok hundersatz ihn oder im Monat ausgewühlt späzli späzli und spätzle späzli mit spätzle und soße also jetzt gehen wir mal mit der eisenachs ein bisschen schneller wenn man die richtig verwendet und dann sind wir natürlich treten häufig in der nähe von soße auf das natürliche grundgebiet auf dem sie sich aufhaben aufhaben auf das wort ich ein aufhalten sind teller ihre natürlichen feinde feinde gabel 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 wo gabel da koppel wo gabel da gaben scheiße labern auf 1.000 super was essen die gerne soße keine ahnung eiweiß natürlich in dem Fall muss eigentlich der mensch sein sogar bei er in die gabel ja der mensch bedient die gabel nein die gabel bedient den menschen scheiße eine verschwörung ich glaube echt ne scheiße das muss ich fassen das ist schlimm ey das liegt daran dass du scheiße bist oh scheiße nein eine verschwörung das ist ne scheiße so die gabelstheorie ja mann der hieß gabel der die aufgestellte gabelstheorie der terrorie TERRORISMUS DURCH GABELN GABELTERRORISMUS warum gibt es ne Höhle sind da auch gabel drin dann würde ich mich nämlich vorsehen oh ich denke ich gehe wieder raus ich muss ja die gabel nur mit mir verteidigen Naja damit machen wir keine Bäume kaputt damit machen wir Bäume kaputt womit macht man Gabeln kaputt? mit Bäume AAAAAAAH mit einem Spätzchen oh scheiße ist das scheiße scheiße ist das scheiße scheiße bist du scheiße wieder ein Display was ich hab nur gewusst okay oh mein Gott ich bin jetzt für die nächsten 10 Sekunden ruhig ja danke ab Minute ok ja ja ich hab's leider nicht geschafft tut mir leid tut mir leid tut mir leid sorry das ist sowieso eh auf dem Tiefpunkt das kann man eigentlich auch scheiße mal wenn man lustig sind das war schon auf dem Tiefpunkt als du den auch betreten hast Alter ich hab's ich hab's die Folgen so unterhalter wie die Leute werden wie für uns aber hey nichts okay hab ich was dabei zum Essen? Ne naja natürlich nicht ne ja das hat super gefangen ja die setzt man natürlich genau die Bänder vielleicht der steht dann du am besten einen Holzplatz drauf vielleicht entsteht dann ein Baumhaus ja klar alle lieben Bäume alle lieben Gabeln das ist mir auf das Scheiße immer gekommen achten auf den Späßle und wie Späßle auf Späßle 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 und den Gabel dann Terrorismus und dann sind wir mit Verschwörungen gekommen du flimmst 민 beein吧 dann mührt wieso sollst du wer das blinderte Baum verborgen heute Abend bei GALILEO Mystery EIN Oh man ich bin hier offices das Niveau ist gestorben er hat das ist leid die Leute der nächsten Folge ist hoffentlich nicht mehr dabei und dann wird das nicht mehr Dankeschön bitte göttlich aber er soll auch bei den nächsten Vordergrund gucken wie es ist zeitlich passt vielleicht lösche ich auch seinen Kanal herrn am besten warum meine Gab was ist denn so deine Lieblingsgabel? ich habe ich Gabel Kuchengabeln Kuchengabel Kugabeln Kugabel also Salatgabeln gefallen mir eigentlich ganz gut was mit Salamigabeln ach du scheiße mach der keine Hand ich schlage nur mein Kopfgegneté ja ist okay das darfsteAND aber mach keine Nahzette ich muss noch mal einen Alien wegholen mit dem Rüsten so noch mehr Gehirnzellenkörper gestorben das ist ein bisschen im Mimisbereich reicht das vom Holz ja dann verarbeiten ich hab auch ein Geräusch gehört wenn da wieder ein Creeper kommt und mich mal wegfickt dann lass dich aus dann flieg Stuhl mal weg Junge Tiger oder von der Seite man muss ja rechts von links beachten bei Wahlen von oben so ich brauch was zu machen ok ich war schon mal auf deiner Flasche rum nukelt ja jetzt sag ich mal gerade in der Spiegel ich bin Alter die Doppelstichwort Mampfen erwähnt deswegen so Jo ist der Manfred auch dabei wir labern nur Scheiße und lass den ganzen Tag und ich kann nicht singen denn das den ganzen Tag wir sind mal wieder in der Kneipe und ich halte jetzt mal endlich meine Fresse ne ne rede ruhig weiter weil ich weiß nämlich gar nicht was ich reden soll weil jetzt weiß er das nicht na super naja dann hau ich einfach mal meinen Penis auf den Tisch so ok ok so warte ich nehm mal wieder runter oh jetzt oh jetzt muss ich jetzt jetzt oh 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 jetzt steht der Tischkopf oh aah ok ok jetzt muss ich ihm kurz in mein oh 3 Minuten er hat sich übrigens beim zurückfahren entleert das und es ist hier wo es ist es ist vor allem ich war es mir eben ist mein mein der Weg ist weil sonst das Niveau sinkt weiter wegen der es kann bleiben der Hattel das aber es ist nicht leise Leute, auf die Fall, wenn ihr es nicht gehört habt, wir sind uns gerade nicht sicher. Da ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren, um das Niveau zu retten. Ja, genau. Nein, da hat er es nicht geschafft. Wir haben mich gerade einen Krankenwagen geholt. Ja, da konnte nur seinen Tod feststellen. Nein, ich möchte ihn nicht verraten. Neckerschmecker. Ich kann einen Screamshot machen. Na, super. Toll. Okay, du auch. Mein das, ey, ist das schlimm. So, wenn Sie schon mal 15, oder 15, oder 15, oder 15, oder 15, oder 15, oder noch mal noch mit dem Töten. Töten, Töten da. Ähm, und wir bauen einfach mal... Boah, da... Und ich will, willst du da jetzt mal durchgehen, oder willst du noch ewig darum... Jeder Weg ist in einem Scheißhaus, das sind eine eigene Geschichte, will ich mich zwar mal ein Stück gestorben, weil ich so ein Scheiß-Creep, aber bei einem Scheiß-Spruch und da auch noch geil. Ja, das war der Spruch, aber man kann hier sogar hochgehen. um okay das heißt mehr am höchsten Punkt er doch sind ja äh ich bin geile ja nie weil er geht es hier untereinander so was braucht ich habe mich auch schon vorgehabt das ist ein zweiter an anbauern auch noch nicht Prozent sicher dass man an Bauer an Bauer an anbieten anbauen da ich möchte doch nur und weil ich es nicht war es Rektum Bombe um ein kappel ab ist das war furchtig das zusammengebrochen durch unser Niveau oder weil es draußen sind er hat in der Urkultur zu 11 die die sticht ich habe die Idee war es ich glaube ich stehe es im Haus und steht es im Haus Rekdomen der Spaß er hat auch vorher dass sie so drauf guckt und das kann er sich so versperren um und wir haben es nicht mit dieser Art Traumann ich sehe nichts mehr zu tun wir sind alle gebeten ich wollte es lernen ein Stülzen da ein Holzmen kurz werden mit gut Mentos ein Mentor Menno vorhanden soll da kommen lassen es war wieder ein bisschen auf das spiel konzentrieren genau ich habe mich an andere die ich bin ich glaube ich einfach ganz tief runter und vergraben nicht mehr fängt er macht es starten scharscheiben glas scheiben das ist mehr und ganz oben kommt stets ein haus sind und stilzen stehen jetzt wissen so also zählen wieder eins in die zwei drei vier fünf sechs sieben durch sieben 1 2 2 in 3 4 5 6 7 8 9 10 zu werden die weiter neu ist am Ende dann haben wir das alles ganz schön hier soll ich mich hat für den Boden aus ich würde sagen ja die klarscheibe als boden ja mach ich mir erst mal ich muss das was hier aus bekommen aber ich würde sagen das machen wir es in die überweiter mehr kommt es jedes mal wieder nächste folge darauf besteht ok haben wir sie in der nächsten folge aber tschild sah auf jeden fall und jetzt mal wieder zum auf dem boden des tatsachen und zu dem niveau zurückzukehren ja bewerte bitte das video wenn es euch gefallen hat der kanal verlinkt von dem schreier jetzt daneben ja der ist natürlich in der beschreibung und ansonsten würde ich sagen haut rein macht's gut danke dass du dir dieses video bis zum ende angeguckt hast das freut mich sehr was mich aber noch mehr freuen würde ist wenn du mich abonnieren würde ist oder mir einfach eine beweisung da lassen würdest ganz einfach mit daumen nach oben oder nach unten auch kannst du mir einen kommentar zu dem video schreiben egal ob tipp kritik oder sonst irgendwas und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns in einem meiner weiteren videos tschüss bis dann da